Moin Mädels, Moin Jungs, herzlich willkommen zurück zu The Montuary Assistant. Wir haben jetzt hier den alten Schrank aufgemacht, das erste Ding hier verbrannt. Und machen jetzt eigentlich auch basically, würde ich jetzt sagen, damit weiter. Ja, ja, ja. Hier brennt auch nichts. Kann ich jetzt eigentlich rausgehen? Ja, ich kann rausgehen. Vorhin hattest du doch gesagt, wir dürfen nicht raus. Kann ich auch mich einfach richtig heftig verbissen? Nö. Kann ich in meinem Auto? Jetzt kam der Sounderleut wieder, ne? Ich bin verwirrt. Aber der kam auch jetzt ein Jahr später irgendwie. Keine Ahnung. Ja, müssen wir jetzt durch. Ach, ich kann die aufmachen. Das ist ja geil. Hier brennt ja gar nichts. Wahrscheinlich kann ich das jetzt auch gar nicht so nacheinander alles abarbeiten. Wäre ja zu easy. Dann pumpen wir das erstmal wieder away. Und dann würden wir den jetzt hier mal anwerfen, den Laden. Ich stehe mich hier extra in die Ecke. Ich bin nicht sicher. Hier ist eine rote Lampe. Die beschützt mich. Ich habe ja auch keine Waffen oder so. So eine Machete oder so wäre halt nice, ne? Wenn der uns wenigstens mal irgendwas geben würde, womit wir die Leute unboxen können. Ja, ja, das war's. No, 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 no. No, 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 no. In my ass. Okay. No, 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 no. Warum häng ich ja? Find ich das? Nein, 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 nein. Machst du jetzt ein Kamehameha oder was willst du von mir? Du machst jetzt hier dieses Licht aus? Na, scheiße. Ich will da gar... Nein, ich will da gar nicht dran. Du hältst jetzt die Stauze. Ich kann nicht mal die Tür zumachen. Ah, ich spiel jetzt ein bisschen Mindsweeper oder so. Ja, ja, ja. So, was haben wir hier? Nightshift. 07, 07 ist mein größter Atom. Schade. Gut. Ja, das ist jetzt scheiße. Warum soll... Es gibt keinen Grund, warum ein gesunder Menschenverstand sagt, ich gehe zu der Leiche, die da hängt und die die Arme hochmacht. Ah, töte mich! Nein, ich gehe zu der Leiche. Ah. Und wenn ich diese Zeichen sehe, denke ich wie an Runen. Und hab richtig Bock auf Diablo 4. Wenn Diablo 4 rauskommt, ne? Ich werde Tag und Nacht Diablo 4 spielen. So Bock auf das Game. Wallah. Ist ein anderes Thema. Aber ja. Ich muss die Tür hier auf. Wird kalt. Ist der jetzt schon voll? Was? Warte mal. Ja, ich muss einfach immer die Liste abarbeiten. Phil, empty. Einmal Reservoir back with a servile floor. Kalt. Das ist aber dann glaube ich eher das hier, ne? Na, hier, äh. Wo waren das jetzt? Ist es das hier? Aber ich hab, äh. Das ist er nicht, ja. Das ist er nicht. Was ist denn jetzt? Was sind denn die scheiß Bags? Also den droppen wir jetzt hier erstmal, weil wir sind einen Punkt zu weit. Müssen diese, ich weiß schon, was ich machen soll, aber ich finde die Dinger nicht. Hier ist zu viel Ordnung. Oh. The Book of Typhoon Conversions. The Sixth Typhoon walked among his disciples and he spoke. He who does not truly let the Lord into his heart shall be judged by his sin and destined to serve those who truly believe. For all are assigned to the halls of hell. Seven. Abandon God as he has abandoned you. No. Einen guten Abend der... Das ist ja wirklich an. Aber ich versuche das jetzt nochmal zu muten. Äh. So. Äh. Danke auf jeden Fall für die Subscribi... Äh. Subscribition. Ich lese mir später durch. Ich will jetzt erstmal diese eine Aufgabe. Aber wir lernen... Wir merken uns... Wir müssen uns das nochmal durchlesen irgendwann. Ich will jetzt diesen Scheiß... Diese Tasche finden. Diesen Beutel. Den suche ich. Genau. So. Den suchen wir. So. Und das müssen wir jetzt... Wo nochmal? Äh. Reservoir... Äh. Äh. Entweder. Then insert Troka... Ach ja. Wir müssen das hier. I'm missing something. Ja, ja. Wir müssen... Wir müssen wieder dieses... Dieses Ding hier nehmen. So. Und drin. Ei, ei, ei. Ist das los für den Count? Hat es maybe ein N-Game-Hopkey? Eigentlich nicht, ne. Ich habe jetzt aber eigentlich... Den PC, der die Leute abspielt, gemutet. Dem sollte jetzt eigentlich nichts kommen. Aber ich finde es jetzt persönlich auch gar nicht schlimm. Die Leute sagen immer... Oh ja, wenn du ein Hovergames spielst, macht die Alerts aus. Ich persönlich finde es nicht schlimm. Also... Deswegen ist mir das eigentlich auch ein bisschen Lupe. Jetzt gerade ist ja auch nicht irgendwie... Hoffentlich ist es nicht durch den dunklen Gang gerade oder so. Aber ja, ich kann mir das nochmal beim nächsten Mal in Ruhe angucken. Ich habe mir jetzt keinen Bock, jetzt hier mit dem Stream irgendwie rumzufummeln und hast du nicht gesehen. Dann finde ich gar ein bisschen blöder. So, egal. So, wir haben den jetzt... Ah, Licht ist aus. Perfekt. Äh, Mixed, Lina ist warum? Natürlich. Wie geht dann das Licht aus? Hallo? So. Und jetzt kommt nochmal... Oder? Oder? Ha! 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 Okay. Ich gehe wieder in unserer Ecke hier. Hey, Fallgaben, das geht, Mann. Grüß dich. Ich werde mich mal demnächst bei euch mal anmelden, ne? Und hoffe natürlich auf... Äh... Eine Zusage. Hier ist auch egal wann. Ich finde dann natürlich mal den neuen Rage spielen. Und jetzt ist ja keine Zeit. So. Apply Musterizer to facial features. Achso, ja genau, hier. Letztes Mal hat der mich angeguckt, die Frau. Und er macht den Saar. Ne, macht er nicht. Macht er nicht. Ich glaube, wir haben es, ne? Return body to cold storage. Aber wir sollen die doch burnen. Aber der hat es jetzt nicht intus, oder wie? Ich meine, ich kann ja erstmal alle preparen und dann immer noch sagen, wir würden hier Eisbein in die Röhre schieben, ne? Das geht ja immer. Ja, jetzt bin ich hier komplett verwirrt. Freitags früh auch schon, soll sich lohnen. Ja, Freitags hätte ich gar nicht mehr können. Also Freitags würde ich wahrscheinlich gar nicht können, weil da habe ich immer eine Aufnahme jetzt. Aber wir können ja mal schreiben, Freitagern. Also ich fühle mich jetzt natürlich auch nicht irgendwo einlogeln. Aber du kannst mir ja mal schreiben, was sonst so noch geht. Jetzt gerade würde ich mich natürlich gerne auf das Spiel hier konzentrieren. Wir können ja mal bei Discord schreiben, oder du sagst mir, wo es passen kann. Soweit, so gut. Was denn bitte? Achso, die Schaufel liegt da immer. Ja, jetzt nehmen wir den nächsten, ne? Ah, wir haben mal wieder eine Dame. Okay. Bisher alles entspannt. Sag ich mal, wie es ist. Bisher alles kompletter More Easy. Ja, wir haben zwar keinen Bock, um nachts zu arbeiten. Der Boss ist ein bisschen creepy. Aber ansonsten muss ich sagen, wir kommen klar. Ne? Wir kommen klar. So. Ah, jetzt. Ah, okay. Also dieses Clipboard. Props an das Game. Das ist mega nice. Dass das existiert. Klasse. Wirklich. So, rotate. Das ist halt ein bisschen creepy, ne? Ah, da hast du was. Sieht auch nicht so super alt aus wie die anderen eben, ne? Ja. Ruhe da hinten, bitte. Ihr seid alle tot. Ihr könnt jetzt eigentlich gar nichts mehr machen. Ne? Wenn ihr da nochmal Unfug macht in eurer Box, dann schließe ich euch ein. Ihr seid tot. Also haltet eure Fresse. Danke. Ich guck nach oben. Wo jetzt? Ist nix. Ja, wieso kann ich das nicht, äh, äh, hallo? Ich seh's, aber ich kann's nicht anfassen. Den hatte ich schon? Echt? Ne, right shoulder. Da steht right shoulder, hab ich was. Also hier hatte ich was. Das stimmt. Na gut. Ah, so. Also, da wollen wir gar nicht hin. Äh, dann gehen wir Entry 2. Andy. 24. 24. Ach, du Schande. 24. Das ist nicht... Das ist nicht, äh, so alt. Ja, wo denn? Warte, bitte nicht spoilern. Nicht spoilern. Mit, äh, guck mal dahin. Bin mir nicht sicher. Ich hab das selber durchgespielt. Das wollen wir alles nicht. Bitte stop that shit. Stop that shit. Das ist mega... Das ist mega underwhelming. Wenn ihr mir schon irgendwelche Hinweise spoilert oder so. Es macht gar keinen Spaß. Trust me. Jedes Horrorgame, wenn man das einmal durchhat, ich weiß, ist dann... Alles total klar, aber stop the spoilering. Sonst kann ich nicht mehr in den Chat gucken. Und das möchte ich eigentlich nicht. Ja? Danke. Ist auch Final Warning. Ab jetzt wird alles konsequent weggebannt. 24-Stunden-Band ab jetzt. Wer auch nur ansatzweise spoilert. Shut the fuck up. Okay? Danke. Äh, so. Warum? Achso, das muss ich abgeben. Na, 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 na. Also bis hierhin... Easy gain. Alles entspannt. Aber ich weiß, jetzt ist nämlich das Ding... Ich gucke jetzt hier die ganze Zeit hin und hier ist einfach nichts. Das ist halt Quatsch. Das ist halt einfach Quatsch. So. Wir müssen halt irgendwie immer das Gleiche machen hier. So, wir tackern jetzt die Fresse wieder zu. Das muss so... Keine Ahnung, wer das freiwillig macht und da auch Spaß dran hat. Kann ich mir nicht vorstellen. So, Eyecaps. Und... Hier unten. Aber wir wissen ja langsam zumindest, äh... Worauf es ankommt. Dann... Und dann mixen. Das geht dann natürlich irgendwann automatisch hier alles schneller, ne? Hör mal. So. Äh, zack. Werden das hier zugemacht? Möchtest du das selber? Ja, äh... Madame, wir haben geschlossen. Döner alle. Keine... Wir haben nichts mehr. Alle Fleisch ist leer. Wir haben kein Fleisch mehr. Alles... Alle. Auch keine Sassiki. Keine Salat. Auch kein Lammatun. Bitte gehen Sie nach Hause. Ich schmeiße das jetzt hier einfach rein. Kein Bock auf dich. Ignorier dich. Ich ignorier dich. Ah, nee. Ja, wirklich. Bleib zu Hause. Das ist nicht cool, Mann. Warum bist du näher gekommen? Ich hab gesagt, wir haben zu. Ich burn jetzt hier nochmal so einen Zettel. Ah! Ja, wie dunkel ist dieser Raum? Ich kriege echt Angst. Kriege echt Angst zuständig. Ich hab ja... Ich hab ja real life... Ist ja kein Scherz. Ich hab ja in real life... Angst im Dunkeln. Junge, ich krieg... Ich krieg Schweißausbrüche. Ich schlafe ja jede Nacht mit Licht an. Ich wusste doch nicht, dass ihr... Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Ich mach bei uns im Schlafzimmer jeden Abend... Mache ich so Star Wars Lampen an. Also, äh... Eine blaue, eine rote... Äh... Licht... Licht... Eine... Eine blaue, eine rote Licht... Ich kann im Dunkeln nicht schlafen. Ich krieg da Angst. Wo ist denn der Lichtschalter? Da... 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 Ah... Mich... Hat das wieder an? Brenne! Wieso brennt der nicht? Natürlich ist hier zu. Hallo? Aha. Irgendwann werden die Sicherungen auch rausknallen. Aber gut. Dann machen wir einfach eine Liste weiter. Als nächstes... Ah... Skype, hey. Äh... Ja, das ist ja super. Äh... Achso, und die... Ja, hier wollen wir... Äh... Und die... Cubes, ne? Ja. So. Ich denke immer, warum nicht auf der anderen Seite? Was? Äh... Lamer, kannst du mal so einen Kommentar verfassen und den oben anpinnen? Hm... Man kann ja mittlerweile als Mod Sachen anpinnen, dass die Leute einfach nicht spoilern sollen. Und dann wissen sie Bescheid, auch wenn sie später erst reinkommen. Das wäre cool. Da fehlt noch was. Achso, ja, hier. Stimmt. Ja, äh... Oh. Hier unten war das, ne? Ja. Ich kann nichts anderes halten. Ah... Drop it like it's hot. So, dann haben wir das wieder an mir. Nee. Äh, wo hab ich... Ach, hier. So. Zip, zip. Äh... Zip. Zip. Okay. Okay. Das hört sich anfangs an. Das erste Geräusch ist jetzt immer an wie meine Kaffeemaschine. Ich weiß nicht, ob ich jetzt jemals mir wieder dann Kaffee malen kann. Das ist ja lieber... Wenn die Suppe reinläuft. Das Geräusch. Okay. Turn off the pump, remove the tubes and close the incision. Äh... Wieso muss ich da eigentlich immer was Neues nehmen? Weil, to be honest, die sind eh tot. Die können sich jetzt auch nicht mehr mit irgendwas infizieren. Ist jetzt nicht so, als müsste ich hier mit sterilen Sachen arbeiten, oder? Da kann sich ja nichts mehr entzünden. Jetzt mal Real Talk aus dem DX Racer. Dann schon, die werden alle verbrannt. Respekt vor den Toten. Also, ich will das Achievement gehen nicht ans Telefon haben. Deswegen gehen wir nicht ans Telefon. Äh, wir machen einfach wieder weiter. Mixed Cleaners, bathroom closet. Okay, du darfst... Ja. Jetzt komm ich wieder aufs Maul. Hallo! Ach, die Scheiße. Ohohoho Oh Gott Bin ich aufgeregt Das ist nur kaputt Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Ja Nein, bleib hier! Warum rennen die Leute in Horror-Sachen immer weg? Don't leave me alone, bitch! Hey! Hey, I found her! Down here! Jesus Maria! What the fuck is happening? Oh mein Gott, oh mein Gott Ich bin nur... Eh? Ich bin nur kurz Komm, 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 komm Auto Auto ist noch da Okay, okay, okay Was wollen wir machen? Wir wollen, dass wir reinholen Immer, immer in Bewegung bleiben, sonst snipe dich einer mit einer Mosin weg Niemals stehen bleiben Äh, genau, ich gehe wieder Sicht abwischen Okay Halt deine Fresse! Wehe, du redest mit mir! Ja! Ah, klasse Ja ja ja, aber warte, warte, warte Kempen What the f... is happening? helfen sie mir bin in gefahr die wirkt mich gleich oder so irgendwas macht die warum hat sie sachen auf dem bauch kleben was ist das denn man hat sie richtig gescratched weg mit ihr wenn die exe ich kann die dadurch an ich sie hätte ich sie wenn man gucken ob wir die verbrennen können schon was da passiert jetzt wollen die will das spiel das nicht mehr aber den ofen mittlere schiene 180 grad ist vorgewärmt sich da jetzt einschieben wollen ich darf sie wirklich verbrennen oh mein gott raiment warum komme ich jetzt in die käschen Alter? Bin ich der Undertaker? Oh fuck! Laughing? Was los? Ja, sie lauft wirklich. Ich wollte schon sagen, die hat doch geheult. Wahrscheinlich geht das Spiel jetzt erst los. Ich wusste, dass ich der Dämon bin! Laughing? See you soon. Ah! Und weiter geht's in der nächsten Folge. Okay.